Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. An Sie, Bosse! Es wird Tupfen! Wo steht die? Sofart! Feiglinge! Verreiter! Verzahler! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann soll die Berlin den verlaufen. Feiglinge! Dafür müsste man ihn an die Wand stehen! Feiglinge! Verreiter! Verzahler! Ich will Fängern sehen! Sofart! Ich spreche ein andermal darüber. Aber mein Führer, die Treibsaniter steht nach Westen Richtung Elbe. Dann soll ich jetzt mal mehr! Kier! 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 Ich habe mich klar gelohnt! Mal. Ich nicht. Kier! Mein Mann, mein Führer, in der Pfanne, ist der Rücken zum Karrenfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Boden. Ach, unser! Nein! Schau das! Nein! Ich darf nicht nach Hause! Ich darf nicht nach Hause! In Richtung Elbe! Dann soll ich jetzt mal weh! Kick her! Wenn du in die Westkotten arbeitest, sind wir in der Lage! Ich habe mich klar gelohnt! Alles Gäste! Wir werden die Ehe in Nordkompost wieder mit äußeren Verteidigungsringen vorstoßen den Sowjetverbänden in einer wachsichtslosen mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Neuten-A.B. vereinigen. Ein kleiner Führer ist ein amerikanischer Führer. Wenn der Führer der T.K. nicht sein sollte, muss er das Ende von der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltbeschieblichen Aufgabe in seinem historischen Rang schuldig. Das heißt, sie hält dann reingefrieren die Führer der T.K. Er ist nicht in der Bunker. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dieser Versager, dieser Schmarrotzen. Ein paar Wendel der faulen Pilz. Sperren, ja, ein wenig freie Maubereitete Warrer Künstler. Einige, andere, ja, 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 ja. Ob Schicksal auf die Schmarrotzen, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon da. Führer, es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Es ist unwahrscheinlich, dass Venk mit seinen wenigen Verwenden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie einen Angriff, Venk sei unwahrscheinlich? Venk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, entblüße die Westfront. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Na prächtig! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Pägelein! Wünschte! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Siehst du ohne Ehre! Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum! Ein Mädchen kann kaum abgum! Ein Mädchen kann auch rum! Wenn Blacky comes down to Ilo! Poor old man! Wer oft gegangen ist! Ich liebe es! Okay! Wie sind denn nach Chucke? Sofort! Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl!